Ich habe nur leider ein Mikrofon, deswegen müssen wir so ein bisschen... Ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Also du musst dann so ein bisschen... Wir müssen dann ein bisschen kuscheln, weißt du? Mic check, one, two, mic check. So, herzlich willkommen heute zu einer besonderen Folge. Das ist so eine Spezialfolge. Ich glaube, ich habe so etwas noch nie gemacht. Heute habe ich nämlich meinen Freund, langjährigen Freund, also nicht Liebespartner, sondern... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eingeladen. Wir wollen heute so ein bisschen... Also ich teile so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen, wer er ist, was er so macht. Und auch waren in den letzten Monaten, hat sich ja viel geschifftet, auch im Kollektiv, in meinem Feld, aber auch in seinem Feld. Und dazu durfte ich etwas beitragen durch Gespräche, durch gemeinsame Zeit, durch neue Tools, die ich in sein Leben reingebracht habe. Darüber wollen wir ein bisschen auch sprechen. Wir werden auch sicherlich separat nochmal einen extra Content-Podcast aufnehmen, wo wir mal auch seine Expertise in den Vordergrund stellen, weil Adrian hat super viele schöne Dinge zu sharen. Und ist ja auch schon... Ihr seht es ja, alle, die das Video anschauen, ihr seht es, es ist eine gute Statur. Und dementsprechend durfte ich auch da viel lernen. Wie habe ich Adrian kennengelernt? Das würde ich kurz noch erzählen. Dann gebe ich auch mal für das Intro an dich weiter. Adrian habe ich kennengelernt vor... Oh Gott, wie lange war das? Zehn Jahre oder so eigentlich schon, gell? Mindestens zehn Jahre. Zehn Jahre oder so. Und ich war ja damals im Personal-Training und ich habe aber immer nach jemandem gesucht, wo im Sport einfach weiter ist wie ich. Ich wollte eine Challenge, ich wollte eine Herausforderung. Und dann bin ich irgendwie auf die Business-Break gestoßen, im Menace Beach und dachte so, Business-Break klingt irgendwie geil. Ich war da ja gerade in diesem Business-Hustle-Aufbau. Und deswegen war das Marketing-Technisch ein sehr cleverer Name. Und dann bin ich auf Adrian gestoßen und dachte mir so, Alter, was ist das für eine Maschine, ey? Ich glaube, da hast du... War das doch gerade das Jahr, wo du auf Bodybuilding trainiert hast? Oder war das erst ein, zwei Jahre später? Ein, zwei Jahre später. Ja, da war ich normal. Okay, also normal ist bei Adrian Maschinen-Modus, ja? Ja, und ich fand es super inspirierend. Ich fand das Training richtig geil. Und ich habe, glaube ich, auch von dem Tag aus, war ich jede Woche am Start. Also ich habe... Immer mittwochs. Immer mittwochs. Dann später auch sonntags bei deinem Sunday-Training. Also ich habe da echt so gut wie nie gefehlt. Egal, Wind, Wetter, scheißegal. Ich war da eigentlich immer am Start. Also wenn du mal verflossen bist. Ja, ich habe nie... Ja, zu spät. Aber ich bin gekommen. Ich bin trotzdem gekommen. Also wirklich, wenn ich nicht gekommen bin, dann muss schon wirklich... Ja, da war schon... Da war ich entweder nicht da, oder da muss wirklich die Hölle auf Erden zusammengebrochen sein. Ja, das ist extrem... Ja. Also ich würde behaupten, dass Adrian öfters nicht da war. Wie ich, oder? Du bist ein Insider, gell? Also ihr seht schon, wir kennen uns schon sehr lange. Deswegen, Adrian, übergebe ich mal an dich. Erzähl doch einfach mal so ganz kurz, wer bist du? Was machst du? Genau, einfach mal so einen Rundumblick. Hallo, mein Name ist Adrian. Ich werde immer gefragt, wie alt ich bin. Und dann muss ich mal nachrechnen. Und dann sage ich mir, ich bin irgendwas zwischen 40 und 50. Ja, so eine Drehung. Zwischen 30 und 50. Das kannst du dir aussuchen. Genau, ich bin... Ja, was mich ausmacht. Ich bin dreifacher Familienvater. Das macht mich aus. Es geben mir Kraft, diese drei Gauner. Ich nenne sie mal Gauner. Du kennst ja auch mal drei Gauner. Ja, es sind süße Gauner. Ja, es sind süße Gauner. Und die geben mir Kraft. Und darüber definiere ich mich schon, als Vater zu sein. Vater ist so mein erster, wichtigster Gedanke. Und dann kommt alles andere drumherum. Warum kommt das so? Weil ich ohne Vater groß geworden bin. Deswegen ist das für mich ganz wichtig, für meine Kinder halt da zu sein. Und darüber definiere ich mich mehr. Dann kommt der Athlet. Dann kommt der Trainer. Dann kommt der Adrian einfach so, der immer die Trainings gibt. Auch mal fehlt und so weiter. Aber der wirklich auch voller Disziplin ist. Das hat in meinem Leben oft viele Reibereien gekostet. Mit meinen Partnerinnen, mit Menschen. weil ich sehr, sehr, sehr diszipliniert bin und da auch viele Sachen einfach hinten angestellt habe. Und das hat mich daraus geformt, einfach ein Athlet zu sein. Einfach auch versuchen, Vorbild zu sein. In manchen Dingen klappt es besser hin, in manchen nicht so gut. Aber das ist so, das ist Adrian. Einfach Mensch, einfach Lebe-Mensch, der sich einfach freut, wenn andere Menschen mitziehen. Geil. Sehr, sehr geil. Danke dir auch für die Vorstellung. Wie gesagt, er ist sehr bescheiden. Er ist sehr bescheiden in seiner Vorstellung. Was würdest du denn sagen, was dich so als Mensch oder auch als Mann, gerade auch das Thema Mann sein, thematisiere ich ja in letzter Zeit sehr, sehr oft. Habe ich jetzt auch gerade ein Coaching, wo es darum geht. Was würdest du sagen, was ist so aus deiner Sicht? Was macht dich aus als Mensch und als Mann? Und was sind da vielleicht auch Dinge, Skills oder Eigenschaften, die du hast, wo du sagst, oh, die haben zu dem heutigen Adrian hinzugeführt oder beigeführt, haben dir geholfen, der Adrian zu sein, der du heute bist? Also das Erste, was mir geholfen hat, ist, ich bin ja ohne Vater groß geworden, habe mir immer Vorbilder gesucht. Eines meiner größten Vorbilder war immer Michael Jordan, mein absolutes Vorbild, dem bin ich nachgeeifert, schon immer. Dann waren es meine Trainer, ich habe lange Basketball gespielt, dann waren es meine Trainer, die ich als Vorbilder gehabt habe und auch das Team. Was hat mich zu dem Mann gemacht? Das waren Vorbilder, denen ich nachgeeifert bin, auch in den Mannschaften waren immer ältere Spieler, die einfach auch gesagt haben, hey, so läuft der Hase, so macht man das jetzt und dem bin ich halt auch wirklich nachgegangen. Das hat mich auch immer weitergeführt, diese Disziplin. Mein Ziel war immer, immer der Beste zu sein, immer, beim Spielen, beim Training, also egal, was ich gemacht habe, war immer für mich ein Wettkampf, ich wollte immer, immer der Beste sein. Nicht für die anderen, sondern für mich wollte ich immer besser sein als der Beste in der Mannschaft. Ich habe immer den Beste rausgesucht und habe gesagt, den kriege ich, sei es beim Sprint, sei es beim, keine Ahnung, beim Schwimmen, egal wo. Ich wollte immer der Beste sein und das hat mich einfach geformt, aber das kam von mir, weil ich immer den Anspruch hatte, hey, ich brauche nicht aufzuschlagen, wenn ich nicht vorhabe, das Beste zu geben. Jetzt im Alter ist es ein bisschen anders, ein bisschen ruhiger geworden, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, einfach diese Disziplin. Ich wollte immer spielen, ich wollte immer vorne sein, ich wollte immer den letzten Wurf haben, ich wollte immer, ich war auch der Kapitän von den Mannschaften, das war immer für mich eigentlich klar, als Leader. Be a leader, not a follower, war so mein, ja, aber es kam von mir drin, das, ich bin ja ohne Vater groß geworden und deswegen war es irgendwie klar, be a leader, not a follower, das ist sowas, was ich, ja, versuche ich zu machen. Also auch schon so Wettkampf. Immer Wettkampf, immer. Gas geben, Okay. Aber fahr doch direkt vor, wie ist es heute? Heute ist es, ja, heute ist es viel, viel ruhiger, also heute, am Frühjahr, ich habe ja auch mit Personal Training viel gemacht, mit Coaching und so weiter und damals hätte ich es niemals akzeptiert, wenn jemand Alkohol getrunken hat, ich hätte es niemals akzeptiert, wenn jemand raucht, ich hätte niemals akzeptiert, wenn jemand nur dreimal die Woche trainiert, da bin ich jetzt viel ruhiger geworden und habe gesagt, hey, es geht um dich, also wenn du damit glücklich bist, zweimal zu trainieren, zu rauchen und jeden Abend ein Glas Wein zu trinken oder auch andere Sachen, wer bin ich denn, dass ich dir sage, hey, du bist schlecht oder dann schaffst du es nicht, ja, sondern wahrscheinlich schaffst du es sogar noch besser mit einem Gläschen Wein und mit dem, was du halt für dich machst, ja, und das musste ich aber auch lernen, da zurückzufahren und nicht sozusagen, entweder du machst es oder du arbeitest nicht mit mir zusammen, das war früher so mein, mein Crede und das aber auch durch die Kinder und durch die Menschen, die ich so kennenlernen darf, ist es einfach viel ruhiger geworden, auch als Vater, muss man sagen, ruhiger. Aber wenn du es jetzt mal aus der beruflichen Brille, also würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du es aus der beruflichen Brille betrachtest, wenn Leute jetzt sagen, ja, hier nur ein, zweimal die Woche Training, ein Glas Wein, rauchen und so weiter, dann muss man ja auch ganz ehrlicherweise sagen, ja, ist okay, können die machen, aber dann müssen sie auch kein Ergebnis erwarten, oder? Also sie werden auf jeden Fall ein Ergebnis erwarten, weil das ist auch was, was mir für mich klar ist, also das habe ich mir gesucht oder auch gedacht, jeder Mensch, der mit mir zu tun hat, der wird irgendwas für sich rausnehmen und wenn es nur ist, dass er sich Gedanken macht, vielleicht jetzt nicht jeden Abend Glas Wein zu trinken, sondern vielleicht nur am Samstag oder so oder auch dann vielleicht statt gar nicht zu trainieren, nur einmal zu trainieren und deswegen ist sein Erfolg, der das schon ein bisschen anders zu machen. Das ist das, was ich mir für mich vorgenommen habe, und jeder Mensch, den ich irgendwie berühre oder der mit mir in Kontakt kommt, der darf was mitnehmen und wenn es halt ist, hey, scheiße, ich sehe nicht so gut aus wie der oder ich will auch so viele Muskeln haben oder was weiß ich oder ich will auch das und das, das kann ich ja haben. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Das ist das. Ja, genau. Ja, ich meine jetzt halt, wenn so die Leute wirklich vollstecken bleiben und sagen, nee, das ist mein Ding, so muss es sein. Ist okay. Dann, ja, ist okay, aber dann kann sich logischerweise nichts ändern. Doch, das nennt sich immer was. Okay, langfristig halt dann. Also das nennt sich immer was. Also das weißt du ja auch, wenn du länger mit Menschen Kontakt hast, da kommen wir auch später dazu, dann passiert ja was. Und selbst wenn die Leute oder einen regelmäßig sehen, dann, ah, scheiße, stimmt, ah, Mist, stimmt, ah, da wollte ich doch noch und das und das. Und das ist ja schon der Input, den man hat, ohne was sagen zu müssen und dauernd irgendwie zu sagen, ja, hast du, ja, pass auf, ja, das, mach mir das, das mache ich nicht mehr. Das ist nicht mehr. Aber die Menschen, mit denen man zu tun hat, die, die, die registrieren das und die ändern auf jeden Fall was. Ja, halt nicht bevormunden, so bevormunden, das ist halt, das, das, das macht nicht viel Sinn, oder? Das macht mir das Gegenteil. Du kennst ja, wenn die sagen, nein, mach nicht, dann, dann bin ich der erste, warum, also was, wer bist du? Wer bist du? Dann werden direkt aus Trotz nochmal drei Gläser am Abend getrunken. Ja, genau, genau, so wird es bei mir. So, so zeige ich das dann. Ja, genau. Ja, das ist geil, ich habe heute, heute auch zum Matthias gesagt, also Matthias ist der, mit dem ich jetzt gerade die fünf Tage Live-Coaching mache, am Zeitpunkt der Aufnahme, und dem habe ich auch gesagt, hey, du kannst entweder recht haben oder glücklich sein, du kannst nicht beides haben, ne, weil er auch da so kurz jemand kritisiert hat mit, ah ja, raucht die, raucht die Natur, das passt gar nicht zusammen, das macht man nicht. Dann habe ich gesagt, hey, so, und jetzt? Ja, genau. So, lass doch, sei doch einfach glücklich. Ja, genau. So, nicht dein Bier, nicht dein Business. Deswegen, das ist schon sehr geil. Und jetzt weiß ich auch, das stimmt auch, also 100 Prozent, weil ich war damals immer so ein Schlurri, ne, also ich war immer so, ich habe zwar trainiert jede Woche, das stimmt schon, also war auch gute Performance, aber dann habe ich es wieder schleifen lassen, dann habe ich zugenommen und so weiter. und Adrian hat immer gesagt, ja gut, wenn du glücklich bist. Ja, verzichten. Ja, na ja, klar, na ja. Und deswegen bin ich aber auch gekommen, so, ne? genau. Du wärst nicht gekommen, wenn du gesagt hast, hey, was ist mit dir los? Doch, ich wäre trotzdem gekommen. Ich wäre trotzdem gekommen. Aber dann wäre das, ja, du wärst trotzdem gekommen, aber das wäre... Ja, hätte ich vielleicht sogar gebraucht. Also ich bin so, ich brauche einen Arschtritt. Das weiß der Adrien, manchmal mache ich so ein bisschen schlurri und dann, ey, was ist los bei dir? Ja, Ja, okay, komm. Aber du warst dann... Ich muss nichts, ich sage dann, hey, was ist los? Ich sage nicht, gib Gas, hey, was ist los? Wie so, der hat fünf Wiederholungen mehr, der ist schneller, was ist los? Ja, das reicht, das reicht, das reicht schon. Aber das reicht bei dir schon. Das reicht bei mir schon. Ja, ich bin leicht zu motivieren, wenn man weiß, welchen Hebel man ziehen muss. Wettkopfhebel. Oder? Oder Michael. Ey, das ist... Da habe ich noch zwei Challenges gegen den Offen. Aber gut, wir machen zu viele Insider hier, das kennt ihr ja alles gar nicht, wisst ihr ja nicht. Jetzt ist es aber so, dass in jedem Leben, bei mir, bei allen Menschen, dass man manchmal einfach so auch Challenges hat, dass man mal gewisse Phasen hat, ein Jahr hat oder ein paar Monate hat, die so ein bisschen herausfordernder sind. Und ich war ja in Thailand und kam dann zurück und habe dann Adrian viel, viel zu tun gehabt, viel privat zu tun gehabt und dann haben wir über verschiedene Themen gesprochen und sind mir in so ein paar Themen reingegangen, kann er gleich ein bisschen mehr erzählen, wo so ein paar Challenges da waren und erzähl doch einfach mal, was war denn zu diesem Zeitpunkt, als ich so zurückkam von Thailand, was war so deine Situation? Ich will dir auch offen lassen, was du davon teilen magst. Ja klar, es war am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, wirklich finanziell herausfordernd. Nicht kennengelernt, wir kennen uns schon vorher, oder? Aber jetzt, als du aus Thailand zurückkam. Als ich aus Thailand zurückkam. Aus Thailand, genau. Ja, genau. Nicht vor zehn Jahren. Nein, nicht vor zehn Jahren. Als du aus Thailand zurückkamst, kamen ein paar finanzielle Herausforderungen, die wirklich nervig waren, die mich wirklich gedügelt haben, wirklich genervt. Und dann auch noch beziehungstechnisch kamen dann noch so Herausforderungen, wo ich wirklich im Überlebensmodus war. Wirklich komplett im Überlebensmodus. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie konnten jetzt mit meiner Familie, mit den Kindern, mit meiner damaligen Freundin, war es auch richtig herausfordernd. Dann mit der Ex noch Herausforderungen. Also, es gab wirklich so ein paar starke Herausforderungen, die mich echt, echt fertig gemacht haben. und aber am Anfang war es noch so, als du zurückkommst, habe ich gesagt, hey, voll die geile Beziehung, toll und so. Wirklich, war doch so. Ja, ja, es war so. Aber innerhalb dessen hat sich dann sehr viel gewandelt und dann, aber klar, also ich sage nicht, dass nur die eine Person schuld ist, sondern war auch viel von mir, was ich da mit reingebracht habe, an Wahnsinn. Aber das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen, die finanzielle Situation. da war ich auch noch selbstständig gewesen, hatte eine GmbH und war alles zu viel gewesen. Und dann noch dem allen gerecht zu werden, das hat mich dann schon gebügelt, also mental schon gebügelt. Auch da wieder seinen Mann zu stehen, auch da wieder zu gucken, hey, Klarheit, Fokus, wie komme ich da raus, was mache ich jetzt, was sind die nächsten Schritte? Und nicht jetzt irgendwie so in alle Winde zu gehen und jetzt, okay, also, keine Ahnung, wie kann man es nennen, ohne jetzt irgendjemanden zu diskreditieren, aber dann einfach wirklich wieder zu fokussieren, sich auf sich zu konzentrieren, was ist mir wichtig, was brauche ich und als Mann, weil es ist ja immer so, dass wir als Männer auch dazu, oder ich zum Beispiel dazu neige, Hilfe für Frauen recht viel zu machen. Mein Ex wird es wahrscheinlich anders sagen, aber ja, dass man dann dazu neigt und sich selber auch verliert in diesem Prozess. Und dann, da geht das ganze Programm, geht durcheinander oder was man sich für sich vorgenommen hat. Und da war dann auch, als du dann zurückkamst, auch unsere Gespräche, die dann auch wieder dafür zugeführt haben, kommen wir später noch dazu, aber mehr zu mir zu finden einfach, mehr Ruhe, mehr Zeit mit mir, auch wenn es mir schwerfällt. Ich bin jemand, du hast damals gesagt, hey, ich kann nicht alleine sein oder so, oder ich brauche immer jemanden oder eine Frau oder sowas, aber dann wieder wirklich, hey, auch mal mit mir alleine zu sein, das war schon schwer. Aber das gehört auch zum Menschsein, Mannsein dazu, wirklich auch bei sich hinzuschauen und dann dementsprechend auch zu sagen, hey, gut, es schmerzt jetzt, was ich da gerade erlebe oder dass ich wirklich mich mit mir auseinandersetze und mir hier in meinem Raum sitze und um 21 Uhr über mich nachdenke, anstatt vielleicht an der Brust meiner Frau zu liegen und zum Nuckeln oder so. Deswegen, das sind Sachen, wo wir als Männer auch hinschauen dürfen, hinschauen sollten. Ja, ich habe ja letztens ein Reel gepostet, wo es auch um diesen isolierten Mann geht, dass man sich manchmal als Mann, vor allem als Mann, auch so isolieren muss manchmal, so zurückziehen, komplett mal weg von Beruf, weg von Partnerschaft, um überhaupt erst mal zu spüren, warte mal, was ist denn in einem eigenen Raum? Was war denn so, also, was würdest du sagen, was hat denn dazu geführt, dass du in diese Situation gekommen bist, beruflich mit der Ex-Freundin? Was hat dazu geführt? Was war der, also jetzt reflektiert betrachtet, wie hätte man das vielleicht auch vermeiden können oder was ist da, was ist da deiner Meinung nach schief gelaufen? Da würde ich sagen, es war mehr an der Offenheit, an der Klarheit, der Kommunikation, die ich als, also ich als Mann, oder, ja, als Mann haben sollte, die Klarheit zu sagen, das mag ich, das mag ich nicht, so will ich das, bei ganz vielen Sachen habe ich mich auch finanziell auf Sachen eingelassen, die eigentlich Schwachsinn sind, die mir dann, das Genick haben sie nicht gebrochen, die einfach nervig sind und nervig waren, sind noch nervig, aber auch nervig waren. Und da geht es einfach darum, dass man eine Klarheit an den Tag legt. Es geht davon aus, wie man spricht, was man dann auch sagt, wie man dahinter steht und nicht dann wie ein Fehn an der Winde zu sein, so okay, jetzt ist das, wie du gesagt hast, mit der Isolation, dann sagen, hey, also okay, du willst mich jetzt sehen, ich will es eigentlich nicht, ich brauche jetzt eigentlich Zeit für mich. Klar will ich dich sehen, aber jetzt brauche ich ja eigentlich Zeit für mich und dann aber damit zurecht zu kommen, wenn die Frauen sagen, ja, wieso hast du jetzt keine Zeit, du kannst schon jetzt, hast was anderes, was ist, bla, 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 und sagen, hey, nee, ist alles gut, Schatz, du ist alles gut, ich will einfach nur für mich sein, ich will einen Spaziergang, einen Turmberg hoch machen, ich will einfach früh schlafen gehen, ich will einfach nichts jetzt mit dir diskutieren oder einfach mir den Raum nehmen und dir auch den Raum geben, das ist so eine Herausforderung, also wirklich dann auch dazu, stark genug zu sein, auch wenn man dann sagt, wenn dann von der anderen Seite kommt, ja, was ist denn, ja, was ist, was ist ein anderer, hast du keine Zeit für mich, was ist los, aber ganz ehrlich, allein schon, dass man überhaupt das erklären muss, dass man überhaupt sich rechtfertigen muss, das ist ja schon, das ist eine Katastrophe, aber dann bleibst du schon, das ist auch so an alle Männer, die gerade vielleicht zuhören, also eine Frau, wenn du zu deiner Frau sagst, ey, ich brauche heute einen Tag für mich, ich brauche einen Abend für mich, keine Ahnung, ich will einfach für mich sein, dann hast du, du merkst daran, wenn du eine tolle Frau an deiner Seite hast, wenn sie sowas antwortet wie, ja klar, natürlich, natürlich Schatz, das ist ja logisch, nimm dir den Abend für dich, mach was Schönes, oder was auch immer, meditier, wir quatschen morgen, ernst gemeint, ernst gemeint, natürlich, 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 nee, klar, natürlich kannst du das so, ernst gemeint, bing, 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 ja, denk an dich Schatz, was los, geht's gut, glaube ich, also dann wirklich so, hey, alles gut, oder ich war ja mit Michael auf dem Festival vor ein paar Wochen und da haben wir auch darüber gesprochen mit dem Thema, wenn jetzt zum Beispiel du mal weggehst mit deinen Jungs, dass die Frau dir einfach viel Spaß wünscht und sagt, viel Spaß, schönes Wochenende und nicht die ganze Zeit fünfmal am Tag anruft, um zu kontrollieren, ob du auch wirklich dich an die Regeln hältst, weißt du so? Also, bei mir kann ich verstehen, ich war früher schon Playboy, also schon, ja, also da schon mit Frauen viel zu tun hat, muss man schon sagen und deswegen kann ich es manchmal auch ein bisschen nachvollziehen, aber man ändert sich ja und da kommt es auch zum Mann sein, zum Mann sein geht es auch darum, hey, eine Frau, die will ich und für die tue ich das auch und dann hat man ein paar Einerfälle, das hat auch mit Mann sein zu tun, es war nichts Besonderes, viele Frauen sein, das ist, ja, oder zumindest klar kommunizieren, ich finde jetzt, es gibt ja viele verschiedene Modelle, Monogamie ist eins davon, aber das Wichtigste ist ja diese klare Kommunikation, dass man sagt, okay, ich entscheide mich für dich, wir leben eine monogame Partnerschaft, ich bin committed und dann ist das so und dann wünsche ich mir aber, dass die Frau auch nicht die ganze Zeit mich kontrolliert und mich stalkt und anruft und so weiter, weil dann habe ich keinen Bock mehr auf Monogamie. Ja, genau. Dann kommt, dann kommt auf einmal, dann wird auf einmal das Polygamische interessant, wo man dann sagt, ja gut, dann halt nicht, ne, aber die offene Kommunikation ist wichtig, ne, wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich will mehrere Sexualpartner haben, dann kommuniziere das. Genau, dann sagst, ich meine, also, keine Ahnung, also viele Frauen, die sind da wahrscheinlich auch ganz oft, man muss halt drüber sprechen, also man muss halt drüber sprechen und dann sehen, was der andere, ob der da mit d'accord ist, wenn wir nicht, dann nicht, aber da geht es, wie gesagt, du sagst, klare Worte, Offenheit, was man will, auch wirklich, das gehört auch zum Mannsein dazu, zu sagen, was man will, nicht was die Frau will, nicht was der andere hören will, sondern zu sagen, hey gut, ich stehe da drauf, ich will das machen, wir können da vielleicht irgendwie eine Lösung finden oder so, das hat auch mit Mannsein zu tun, oder zu sich stehen, das einfach, Genau, Verantwortung übernehmen, Grenzen setzen, ja. Das ist super, super wichtig, okay, das heißt, du würdest sagen, also die, warum das dazu gekommen ist, war vor allem Thema Kommunikation, Klarheit, Grenzen setzen, zu sich einstehen, dann war es ja so, wir haben ja dann super viel Zeit zusammen verbracht, wir waren ja, keine Ahnung, wir haben trainiert, wir waren hier in der Küche gesessen, und so weiter, was würdest du denn, was würdest du denn sagen, was hat sich denn durch unsere gemeinsame Zeit, durch unsere Gespräche, was hat sich da so in deinem Leben, bis dato heute verändert, was hast du mitgenommen, vom Mehrwert oder Impulse oder was auch immer. Also da geht es wirklich erst mal um Freundschaft, Austausch, Männer brauchen Männerfreundschaft, meiner Meinung nach, das habe ich dir auch gesagt gehabt, früher war dann so, dann hätte ich direkt wieder mit Frauen mich connected und so, und man braucht Männerfreundschaft als Mann, dass man sich auch austauschend auch sagen kann, was man denkt, was man fühlt, und da ist dann ein Mann, der nicht sagt, was mit dir, was schlafen oder was mit dir, was weiß ich und so, sondern wirklich jemand, der das auch wertschätzt, dass man offen ist, dass man mit jemandem spricht, über seine Gefühle, Gefühlslage, und das habe ich bei dir gespürt, da können wir ganz offen sprechen, du hast gesagt, Adrian, das empfinde ich so, das empfinde ich so, wie empfindest du das, also wirklich, wir haben uns da ausgetauscht, das finde ich gut, und dann konnte ich auch einfach mit dir sprechen, du hast sogar nicht dann irgendwas dazu gesagt, das so gewertet, sondern hast gesagt, okay, wirst du wissen, ich würde so, ich empfinde es so und so und so, und das hat dann Shift gegeben, du sagst ja gerne Shift, dass man einfach wieder mehr, also ich mehr zu mir gefunden habe, und gesagt, hey, okay, der hat recht, oder ich habe recht, indem ich dir das erzählt habe, und du hast dann das ja, sagen wir mal, wieder gespiegelt in ein paar Sachen, aber einfach, das ist doch, also das ist eigentlich Adrian, wie er fühlt, wie er ist, was er gern mag, was er gern macht, und so sind wir dann, was ist der Shift, also einfach die Gespräche, und dein offenes Ohr, und auch die Klarheit, und auch deine Erfahrungen, da du auch viele Coachings gemacht hast, mit Männern, und in dieser Hinsicht auch schon sehr weit bist, hat mir das sehr geholfen, also als Freund, war kein Coaching, sondern einfach diese Sichtweisen, die du über die Jahre dir auch angeeignet hast, einfach die dann ganz entspannt auf einer Freundschaftsebene zu sprechen, weil als Coach, das hätte ich jetzt nicht angenommen, sage ich mal, sondern einfach über normale Gespräche, da hat man dann Erfahrungen auch schon gespürt, und dann respektiere ich auch sowas, ich respektiere leider, oder habe Schwierigkeiten, damit wenn mir jemand was erzählt, und das selber nicht durchlebt hat, das ist immer noch schwierig, aber da du ja viel auch erlebt hast, mit vielen Frauen Erfahrungen gesammelt habe, in den letzten 10, 15 Jahren, kann ich einiges, einiges wiedergeben, einiges erzählen, ja, das ist schon geil, ja, genau, also das Thema Empathie, habe ich so ein bisschen rausgehört, dass das auf jeden Fall da war, dass da jemand am Start war, der zugehört hat, also genau, er hat es jetzt schon mal einmal gesagt, also Adrian hat bei mir kein Coaching gebucht, um Gottes Willen, das ist ja ganz klar, trotzdem habe ich ihn eingeladen, weil ich einfach gesagt habe, ey, es hat sich so viel bei dir verändert, durch, ich habe ihm ja auch das Rapé gezeigt, das hat auch nochmal viel, vielen Shift gemacht, ja, und wir haben da einfach super, viel über die, über diese Themen und Herausforderungen gesprochen, und dann dachte ich mir halt, hey, dass ich da auch, also, dass ich dafür super dankbar bin, dass ich das voll schön finde, auch deine Entwicklung, ich habe dir ja letztens auch gesagt, ich finde es so geil, deine Energie ist wo ganz anders, du strahlst wieder mehr, du bist wieder mehr bei dir, und dann habe ich einfach mir gedacht, so hey, ich habe dazu ja auch beigetragen, und das fände ich einfach schön, das einfach zu teilen, weil manchmal sind es manche da draußen, denen einfach nur dieses kleine Funken Vertrauen vielleicht noch fehlt, zu sagen, okay, und jetzt buche ich ein Coaching, jetzt jump ich da rein, das ist ja persönlich immer was anderes, und ja, deswegen habe ich den Adrien da eingeladen, noch eine Frage hätte ich, was würdest du sagen, oder was hat dir, du hast es schon ein bisschen angeteasert, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was hat dir denn besonders gut gefallen, in dieser Zeit, wenn wir darüber gesprochen haben, wenn wir Zeit zusammen verbracht haben, was ist dir da besonders hängen geblieben, wo du gesagt hast, wow, das war richtig schön einfach, ja. Also eine krasse Sache war, ich weiß gar nicht mehr, das war, da waren wir auf so einem Event gewesen von FITIN, wo ich auch arbeite, und danach waren wir dann noch unterwegs, mit Caro und du und ich, wir zwei, ja, auch so ein Erlebnis gehabt, wo viel passiert ist, aber jedenfalls an dem Abend habe ich dann, war das Abend, Nachmittag, Nachmittag glaube ich, das Rapé. Ja, das war, genau, es war nach dem, nach Purino, ja. Nach dem Purino, genau, genau. Und dann, du hattest schon öfters mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren will, aber ich hatte so, keine Zeit, oder ich habe mir nicht, du hast die Zeit nicht genommen, genau, ich habe mir die Zeit genommen, richtig, ganz wichtig, genau, das ist richtig, ich hatte eigentlich Zeit, aber war dann immer unterwegs, und es war immer irgendwas Wichtigeres, aber an dem Nachmittag, späten Nachmittag, oder frühen Nachmittag, habe ich mir dann die Zeit genommen, und dann habe ich das Rapé mal genossen, und Jonas ist immer noch, wenn er darüber spricht, hat gesagt, Entschuldigung, hat noch nie so eine Reaktion erlebt, von einem Menschen, dieses Rapé, dieses Erlebnis, das ist das erste Mal, ich habe gedacht, ey, was ist das? ich habe gedacht, was ist, ich habe gedacht, was macht der, das ist auch Kittert, weil ich sowas kenne, ich bin ja voll, voll kontrolliert, und eigentlich immer so bei mir, ich bin immer so, immer, immer kontrolliert, und dann dieses Rapé, ich habe gedacht, was ist das? Was ist das? Aber ich konnte, das ist ja gut, also es war gut, ich habe gedacht, ich konnte es, da habe ich das erste Mal, seit langem, so gefühlt, loslassen, ich konnte es so loslassen, das war wirklich ein krasses Gefühl, und dann Jonas so, klack, 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 was ist das? Angefangen zu schwitzen, zu husten, meine Nase ist gelaufen, Jonas so, du spuckst, du spuckst, jetzt hast du alles, alles voll gesaut, ey, alles voll gesaut, alles voll gesaut, und der Jonas, dann immer tief, Jonas hat auch immer dann, du musst atmen, du musst atmen, ich so, ein Eimer, fast so ein Eimer, fast so ein Eimer, ja, ja, das war wirklich krass, und das war so ein Erlebnis, dann, okay, das war nur die linke Seite gewesen, also nur die linke Seite, du hast schon gedacht, ich explodiere, also, das ist ein Eimer, die rechte Seite, dann, dann war Fire up, dann war, dann war Fire up, ich weiß nicht, was da passiert ist, oder was ist da los, ja, weil ich gesessen habe, gewinstet, ich rotze, meine Augen, geweint, ey, es kam ja sofort Tränen, das war ja krass, es kam sofort Tränen, weil, du hast ja auch gesagt, es ist ein Loslassen, wirklich alles so weg, 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 ja, und das war so krass, und da war dann auch, wie immer das da kam, haben sie dann einige Sachen auch mir gezeigt, und eine der wichtigsten Sachen in diesem Moment war, dass mir das gezeigt hat, so, ich bin gut, wie ich bin, aufgrund der Beziehung, aufgrund der Sachen, die so passiert sind, hatte ich so das Gefühl, ey, was ist denn los, also bin ich denn, wer bin ich denn überhaupt, also, ja, und das war so eines so, hey, absolut okay, du bist gut, wie du bist, du bist geliebt, du bist geschätzt, du bist, du bist einfach Adrian, ja, und, aber das war echt, mit das krasses Erlebnis, da ich, also, sag ich mal, mit, bewusstseinserweiternden Dingen, überhaupt kein, also, überhaupt kein Zugang, hab, und hatte, wenn ich mal Alkohol trinke, dann ist das schon was ganz Besonderes, und geschweige denn, ein Joint, oder irgendwas anderes, kommt für mich gar nicht in die Tüte, und das war, also unglaublich, also muss man sagen, unglaublich, und, das begleitet mich noch weiter, und, deswegen auch, mache ich das auch regelmäßig, ja, ich habe da so meine eigene Zeremonie, du weißt, wann ich aufstehe, 3.30 Uhr, Rappé am See, ja, 3.30 Uhr stehe ich auf, fahre dann am See, dann gehe ich vielleicht schwimmen, wenn es nicht Nacht ist, und die Urängste mich einfangen, und habe dann, genau, mein Schwimmen, dann Rappé, dann meditiere ich, und mittlerweile sind es fast zwei Stunden, die ich da dann habe, ja, wo ich zwei Stunden in der Meditation fast bin, und dann in den Tag gleite, und deswegen war das so ein wirklich, krasses Erlebnis, diese erste Rappé-Session, ich hätte es nie geglaubt, nie, und, aber hat mir wirklich geholfen, wieder mehr zu mir zu finden, mein, mein Licht, sag ich mal, zu finden, und einfach wieder, ja, so zu sein, wie ich bin, wie ich Bock habe, wie ich, also, ja, 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 das ist, was mir noch, was mir noch, wenn ich was teilen darf, was mir noch so, was mir noch hängen geblieben ist, aus verschiedenen Situationen, ohne jetzt auf Details einzugehen, war, dass wir oft darüber gesprochen haben, ob man jetzt Weg A oder Weg B wählen soll, oder so handeln soll, oder, ne, mit der Situation umgeht, und Weg A war halt immer doch sehr, ich tue es jetzt mal pauschal, also so ein pauschales Wort machen, doch ein sehr toxischer Weg, der halt nicht mit der eigenen Wahrheit übereinstimmt, nicht mit der eigenen Klarheit übereinstimmt, und da halt wirklich Menschen von Weg A auf Weg B zu bringen, zu sagen, warte mal ganz kurz, das ist der Weg, den du, den deine Seele eigentlich gehen will, wo du selbst dich siehst, das ist super schwierig im kognitiven Bereich, also wir haben ja viel darüber auch gesprochen, aber ich glaube, Rapé war nochmal so die Entzündung, zu sagen, hey, warte mal, ich muss Weg B gehen, A ist nicht mehr, ist keine Verhandlungsbasis mehr, es gibt nur noch Weg B, dann ist nur noch die Frage, okay, wie gehe ich denn Weg B, und dann ging es ja eigentlich Schlag auf Schlag, das war ja dann so. Also mein Ex hat sich von mir getrennt, ja, das ist ja das Allerkrasseste, zwei Tage nach Rapé, ein Tag? Ein Tag nach Rapé, das ist halt das Krasseste, dass sich dann die Energien, und ich will schon fast sagen, das Universum genau so, deine Welt so formt, wie es auch sein soll. Ja, das war schon krass, also wie gesagt, das war schon wirklich krass, meine Ex hat sich dann von mir getrennt, sie hat gesagt, so Adrien, ich verstehe dich nicht, aber was mit dir passiert, hat sie gesagt, aber was mit dir passiert, was ist los, ja, ich konnte es gar nicht so beschreiben, also ich habe ihr das dann nicht erzählt, als ich Rapé, das habe ich ihr später, zu späteren Zeiten erzählt, aber das war dann wirklich so, sie, sie, das war vollkommen okay, sie konnte dann nichts mehr mit mir anfangen, das ist okay, weil, das einfach dann anders in mir war, muss man ganz deutlich so sagen, ja. Das ist ja so, wenn dann die Elektronen nicht mehr passen, stoßt man sich ab, von ganz von alleine. und deswegen ist es auch, geht es ja auch wirklich immer nur daran, an sich selbst zu arbeiten, an seinem Körper, Geist, Emotionen, Seele, Finanzen zu arbeiten und dann passiert der Rest eigentlich fast von, ganz von alleine. ein geiles Umfeld an der Seite zu haben, ja, wie den Adrian und, und dann, dann läuft der Hase so, dann, dann ist alles, alles cool, ne. Man muss sich, also man darf sich drauf einlassen, also man darf dann wirklich auch sagen, das war, also war nicht einfach, also das war dann schon, auch wenn er so locker drüber redet, das ist schon, also, das ist eine tolle Frau gewesen, also, ja, war dann schon, aber es ist nicht einfach, aber man muss dann auch sagen, wirklich loslassen und das, da hast du gesagt, mit dem Weg A oder B zu gehen, man darf das dann lernen und auch den Weg dann wirklich gehen. Das hat auch was mit Mann sein zu tun, dann zu sagen, okay, das ist jetzt schmerzhaft, unangenehm vielleicht auch, aber das ist jetzt so, ich gehe jetzt den Weg, ja. Vielleicht hat es nicht mit Mann sein oder mit Mensch sein, sondern Klarheit zu tun, sondern einfach zu sagen, hey, gut, das ist A, wäre jetzt auch schön, tolle Frau, toll dies, toll das, aber B, ist jetzt einfach das Beste. Ja, also Mensch sein auf alle Fälle, Mann sein aber auch, also ich würde ja gerne mal mit dir im Podcast über das Thema auch nochmal machen, Thema Mann und Frau und so, und die ganze Dynamik, weil das, was halt attraktiv ist in der Welt, vor allem beim Mann jetzt halt, ist halt diese Klarheit, dieses, du, nee, sorry, wenn man auch mal Nein zu einer Frau sagt, die lieben das, ja, da könnte man jetzt über Biologie und Evolution sprechen, das machen wir auch sicherlich noch, auch in der Berufswelt, wenn du Nein sagst und nicht in jeden Job anspringst, dann kriegt man auf einmal mehr Anfragen, mehr Jobs, mehr Interesse, wenn man nicht die ganze Zeit verfügbar ist. Richtig. So, und Frauen kennen das sowieso schon, Frauen haben von Anfang an immer viel mehr Türen, bei Männern, die können, jede Frau, egal wie sie aussieht, könnte auf die Straße gehen und würde mit Sicherheit, wenn sie jetzt Sex haben wollte, würde sie Sex bekommen, irgendwie auf, das ist bei einem Mann nicht so. Nein? Nein. Richtig? Nein. Ab einem gewissen Level vielleicht schon, aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe nach Karlsruhe und zehn Frauen anspreche, glaube ich trotzdem, dass meine Quote nicht krass sein wird. Was wäre denn eine krasse Quote? Fünf? Über fünf auf alle Fälle. Wirst du nicht schaffen? Nein. Du? Ja, okay. Okay, aber wir sind uns einig, das ist die Ausnahme. Ich glaube, die meisten Männer, da wäre das nicht so, oder? Das heißt, wenn man da einfach Mann und Frauen vergleicht und das ist gar nicht jetzt schlecht oder gut, sondern einfach Frauen haben das Privileg, dass sie von vornherein, was die Männerwelt angeht, mehr Möglichkeiten haben, mehr Optionen haben, sie haben mehr Auswahl, sie müssen sich nicht groß drum kümmern, dass sie sich daten können zum Beispiel. Sie kriegen Anfragen über Social Media, über Tinder, werden auf Partys angesprochen. Und das ist bei Männern nicht so, also Frauen lernen halt sehr früh, Nein zu sagen zu Männern. Das lernen die sehr früh. Männer nicht. Männer müssen nicht so oft Nein sagen im Leben, weil sie nicht so viele Angebote bekommen am Anfang. Erst später im Alter, wenn sie dann gewisse Stabilitäten aufgebaut haben, kommen dann die Angebote und dann auf einmal sagen sie erst mal zu allem Ja, weil sie kennen das ja nicht. Auf einmal irgendwie schwappt alles so über und dann sagen sie erst mal Ja, 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 klar, geil, das kenne ich nicht, das will ich jetzt haben. Und dann merken sie sofort mal, fuck, warte mal, das überfordert mich ja, wo bin ich in dieser ganzen Ja-Sagerei? Und dann lernt man das und meistens halt dann doch erst mit 30, 40, 50 Jahren, Nein zu sagen. Jetzt auch mein Klient ist über 60, der lernt jetzt Nein zu sagen. Das ist Wahnsinn. Das stimme ich nicht mit dir überein, mit den Frauen Nein sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass es schon immer einfach war, Frauen und deswegen Nein sagen zu Frauen ist... Ja, für uns. Für den Durchschnittsmann. Für den Durchschnittsmann. Ich rede nicht für uns beide. Ich rede ja in meinen Reels und in meinem Content rede ich immer für die breite Masse der Männer. Es gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht, 5%, 6, 7%, whatever, Männer, die haben keine Probleme damit. Aber wenn du jetzt rausgehst, dir die Männer anschaust in der Stadt, egal in welcher Stadt du bist, dann wirst du feststellen, wenn du dir die anschaust, die haben sicherlich Probleme damit. Das ist dasselbe, wie viele Männer gehen ins Fitnessstudio, arbeiten an ihrem Körper. Das ist eine Minderheit. Eine Relation. Genau. Es geht immer um diese Relation, wie viele Männer sind finanziell auf einem Level, wo sie sagen können, ich habe keinen Stress. Das ist auch eine Minderheit. Also in jedem Lebensbereich wirst du sehen, dass Stabilität immer eine Minderheit ist. Und genau das ist ja die Arbeit von Adrian, um da einen Abschluss zu finden, ist ja die Arbeit von Adrian und mir. Adrian vor allem im Bereich Gesundheit, Fitness oder mittlerweile auch Thema Selbstliebe. 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 Ja. Hat er auch einen YouTube-Kanal, TikTok. Was noch? Instagram. Instagram. Aber mit Selbstliebe nur, da machst du nicht Instagram. Nee, da mache ich Instagram. Ja. Genau, so checkst du es auf jeden Fall aus. Ich habe mir da auch schon mal, ich habe mir jetzt meinen YouTube-Kanal ein bisschen angeschaut, mit ein paar Videos reingezogen. Okay. Das ist richtig. Und da ist es schön, er teilt auch ein paar persönliche Sachen, finde ich auch gut. Und ja, was ich mache, wisst ihr ja. Von daher, Schlusswort. Adrian, willst du noch irgendwas teilen? Na, das Wichtigste bleibt einfach, wie ihr seid. Hört auf euch. Hört wirklich auf euer Inneres. Lasst euch auf Sachen ein, die vielleicht auch total verrückt am Anfang klingen. Einfach machen, einfach machen. Es gibt eigentlich, wir leben hier in der Welt, wo es so viele Sachen vorgeschrieben sind, einfach machen. Aber du meinst eher, bleib dir treu, oder? Weil sie sollen ja nicht so bleiben, wie sie sind. Sie sollen sich ja verändern. Ja, genau. Sich treu bleiben. Für mich ist Stillstand auch ein Rückschritt. Deswegen also schon bei sich bleiben, aber trotzdem nach vorne gehen. Also das auf jeden Fall. Bei sich bleiben. Trotzdem. Sein, wer man ist. Und trotzdem auch gucken, hey, was sind denn die Sachen, wo ich mich noch ändern kann, will. Ja, genau. Mega geil. Das war es erst mal von Adrian und mir. Wenn ihr dann nochmal einen speziellen Content, Podcast, Video, wie auch immer, haben wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare oder meldet euch. Folgt dem Adrian. Wie gesagt, das ist The Machine. Und ich würde sagen, bis bald. Bis bald.